Wir müssen jetzt aber unten noch ein Bild, ey. Wie stark. Hä? Tschüss, Loser. Was ist das für ein Scheiß? Ey, wie stark, wie fährt man? Keine Ahnung. Ich hätte gerade einmal Speed, aber dann auch mal nicht mehr. Auf Z, auf Z. Tschüss, ihr Lösch. Ich glaube es nicht. Ey, der Computer ist erster wegen euch. Wir hätten uns vorher informieren müssen, oder? Richtig. Ey, wie er mich überwohlt. Ey, Auto! Das heißt, Mario Körte. Ja, ich habe eine Rettmaschine, Junge. Boah! Boah! Ey, hey, hey. Weg mit euch, ey. Nicht weggeflogen. Was ist denn mit Fairplay? Ich bin jetzt Kredit gebrochen. Ketchup, ey. Schüssebezüger. Nächste Runde bist du dran, ey. Fick ich dich. Es gibt keine nächste Runde. Doch! Oh nein! Was macht das Spaß? Das Spiel ist geliefert, ey. Das ist nicht geil! Ich boxe nicht, wenn ich dich sehe. Kann man boxen. Nö. Du hast mich weggetreten wollen. Du hast mich weggetreten wollen. Ich hab' dich weggetreten wollen. Ich hab' dich weggetreten wollen. Das war Hays überholen, ey. Tschüss, du. Oh shit, ey! Pfff! Oh! Ja, stopf die, ey. Die hat dann fettes Duelle und ich lande die unter dem Schlag. Das war uns der erste, ey. Komm, ich hab' ihn gleich. Ey. Gott mal. Gott mal. Gott mal. What the fuck? Was passiert? Mal Ende. Mal Ende. Mal Ende. Mal Ende. Dahmer des Fennes, eh. Hey, noch eine Runde richtig geil. Leih. Nein! Andres Level. Nein! Andres Level! Was machst du da? Das ist doch Race 2. Das sind einfach nur 2 Runden, oder so. Nein, das sind alle Strecke. את Really! Ein Maßget Susan, ey. Biss'n Biggins sein. Wie kickt man denn, oder, Hauptmann? Mit den Zehtasten? Ist ja richtig so. Was ging schon los? Also ich hau nicht auf den. und so ich habe auch ein Waffen mehr denn wie kann man die benutzen Waffen das verstehe ich nicht Weg mit dir Oh nein! Ey, so wie sie! Hey, das war Mord, weißt du? Verdien? Ich werde jetzt hier schön hinter Big Jim erfahren, der hat ne Kette, ey, gehobbi oder sowas gehabt Big Jim, pack die Kette weg Ich hab ne Nagelkeule, ey Die Kette! Wie kann ich denn Waffen nutzen? Die haben mal keine Waffen Keine Ahnung Ich werde erstmal Big Jim ausschalten Hey, Big Jim hat einfach geile Waffen Hey, Big Jim Ich mich duelliere mit Big Jim, ey, was los Ich bin jetzt überholt Ich bin jetzt Hey wahr, Big Jim Hey, da war so Oh fuck! Hey, Big Jim Das ist ein Brotene, hulle eben婚quelle Die ich bin jetzt gegeben, he Hohoho Rocco Die Scheiße ist da! Oh fuck! Zulau und die Gip verpiss dich aufgrund der Schachter Zeit Oralien oder wie die Kampfer und nicht und ich habe das mit dem Buch als Erbauten bis zu den Helden und Sensen abgeschüttet auf B oder auch einfach wie die die Spiefer er kann auch nicht überwunden und der Baseballschläger so sieht es aus ein Dr.Baseball doch weh! Warte jetzt weiter nur! Wo du die J-serious-Business-Machend? T-Tasten! Welche ziel-Taste? Äh, nach rechts! Whooo! Ja, noch Baseball-Schläge, ey, noch ne Runde geil! Schein! Ist doch gut, ey, ich finds lustig! So was Neul, ich will ne anderen Fahrer, ne? Bin Tussi, ey! Da neem' ich halt Kogen, ey! Titten, Bonus. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ich will einfach nur Biker sein, richtig. Pistole, ey. Warte, ich weiß nicht, wo es lang geht. Tschüss, ey. Ey, was habt ihr gegen die... Boah, ihr habt die Frau gekühlt. Das ist ne Rocker, obwohl ich selber... Mich selbst, dass ich nicht... Rocker, bro, ey. Jetzt hab ich ne Eisenstange, das heißt, jetzt hol ich mir Haze. Ich bin hinter dir. Achso, der ist da ein Gegner da vorne. Ey! Nein! Oh fuck! Taxi! Was macht du Taxi hier? Taxi, Taxi! Oh man, ey, ist das geil, ey. Oh fuck! Oh ho ho! Nice Keule! What the fuck! Mal hier nötten. Oh, ey, bin ich gut, ey. Oh ho hooo! Oh ho ho ho! Ho 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 ho! Wo kommt er denn näher? Oh shit Damon Hill, ey, Damon Hill Ah fuck, du dritter Ich bin ja der Doppelcomputer, ey Der ist zu gut Das ist Robin Die Braut war im Moment am besten Das sind ja bessere als Handlinge Wenn du verstehst und die Scheine Weggedreht, weggedreht Ich muss mich nicht weggehen Was, ey, was? Was, was, steh mal auf Ich schmeck mein Fuß Nein Oh Gott, ey Piss dich, ey Ey, was für ein Boah Oh, ey Mach dir das Ist das gut, ey Was hast du gegen das Spiel? Hätte ich plump Ja, doch Klar, am Anfang hast du voll gehasst Am Anfang, am Anfang hast du immer alles Hendrix-Style, weißt du? Richtig Wie hat er mich überholt? Ich bin die ganze Zeit voll-speed ahead Auf Ahnung kann sie so hochstabend sein Ja, super Oh, wie wird er noch gestern? Irgendwie fliegt man gar nicht so weit zurück Kann das irgendwie sein? Ja, man kann echt schnell aufholen Das ist geil Man ist schon sofort wieder da, ey Okay Ja, mit Boah! Haze, ey, pack den Hammer weg Oh, fuck! Hahahaha 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 Das ist ja nur Ah, geil, ey Oh, Haze ist hinter mir, Haze ist hinter mir Wir bleiben auf dem Haze Haaa Die erste Richtung, ALL Original und All Ja, ich bin der erste Oh, zweite Vierter G purchased Da war mein Sound er Mal ein Der ministell Prozent bis das Kader komm her und zu meiner das soll jetzt nicht sein wohlfohlen die ist ich das weiß er mit der Keule geben doch Ohohohoh Ey Na gib mir das mal ne Ich hab das Spree, so sieht's aus Shit ey Ich hab dich erwischt ey Geil Ja der kann trotzdem noch bohren unbehilligt rumfahren Ich hatte Glück gehabt, dich konnt nicht lenken Ja weil ich dir so Spree ins Gesicht gehauen hab Ich weiß Oho Auto Ich wollte diese Bananen haben Das sind die Rocker hier, das heißt nur für die Rocker die Runde Ich werde jetzt ganz sugerend nach Hause hier die Sache Die Musik mal spricht mehr los Taser hab ich jetzt, komm her Wenn du Ärger willst Was, was, Taser, was? Yes Ich war in die Auge ey Ah ihr Blittenfische Wer hat das Spree, wer hat das Spree Huzao ey Hi Tschüss ey Fuck ey, er hat mich geholt ey So nicht, jetzt haben wir nicht gebettet, Jungs Taser verpiss dich ey Ey Ey, jetzt warum so mit dem scheiß Spree, Mann Ey, jetzt ey, nein Zurück Gib ihm das ey Erster Gibt's da noch andere Dinger? Level? Andere Level? Nee Ich kann nicht umscheinen Aber es gibt andere Rates Egal ey, besser als nix, weißt du Ich hab doch Spree, ey Weg mit dir ey Das ist schon in Ordnung Bitte in Ordnung? Vor mir, ey, was? Weg mit dir Was? Fahr ich halt hierher weiter, mir doch egal Shit Hey, das ist ein Auto Ey, hör auf mal! Die gibt mir einen mit der Stange! Ich bin nur so n lieber Rocker, der hier einfach durchfahren will Oh! Nein! Neiiiiiin! Kannst du sofort wieder in die Action reingehen, weißt du, und dann... Was willst du denn her? Nur, will die! Hey Haiiiis ey! NEIIIIIIIIIIIIIIIN Wo Hai Haiiiis ey! Nur die Idee, nur die Idee. Oh Hai Hai! Ah fuck du Bitter, hai! Hai Hai Hai. Zum ersten Mal der Hai Hai. Ich lerne, ich lerne! Der ist schon wieder Ende-Gebauer-Option, versteht ihn ja gut. Options? Traffic, mach mal Traffic irgendwie. Hä? Ich kann nicht draufklicken! Ah, ne, doch nicht. Ah, tougher opponents? Easy? Easy, ich mach normal, ja. Traffic, ja. Achso. Achso, okay, da kann man nur was. Aber Level gibt's keine anderen? Das ist ja voll das dumme Spiel. Level müsste auch andere geben, Nico, geh mal nach oben zum Level. Ich erkanne die Jungen. Auch nicht mit den Klöpfen, die du bei Options benutzt hast? Ist ja dumm. Da muss man vielleicht noch frei spielen, irgendwie. Gibt's noch eine andere Bonus? Ja, gibt es. Eine Runde. Gehen wir weiter, Thomas Christa noch. 3 Laps. 7 Laps. Headhunt. Run over. Versuch, wir müssen links. Und wenn unten geht's dann kurz. Dann wird auch mal etwas so da sein. Bitte nicht mit dem neuen Videoablogustdeln können. Amen! Vielen Dank.